Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Heute haben wir eine wichtige Mitteilung an diejenigen, die gerne schnell, schonend und energiesparend kochen wollen. Coop bietet Ihnen einen Duromatik-Schnellkochtopf zu einem Preis, der für die Schweizer Spitzenqualität absolut einmalig ist. Diesen Duromatik-Schnellkochtopf gibt es in dieser Ausführung bei Coop und er hat das patentierte Multiventil. Das Multiventil ist ein kleines Wunderding. Dank der dreifachen Druckanzeigen können Sie vollkommen gefahrlos kochen. Weil das Multiventil den Luftsauerstoff vor dem Kochen automatisch rauslässt, bleibt das Aroma, die Vitamine und die natürliche Farbe der Speise vollständig erhalten. Und das Abkühlen unter dem kalten Wasser, auch das gehört jetzt beim Duromatik von Coop der Vergangenheit an, weil nämlich schon ein leichten Fingerdruck auf das Multiventil, auf das Knöpfchen, Der genügt und man kann so also ganz ring den Dampf ablassen. Dank der hochwertigen Materialqualität sparen Sie mit dem Duromatik von Coop bis zu 60% Kochenergie und Sie kochen schonend und dreimal schneller als normal. In diesem Duromatik-Schnellkochtopf kann man zum Beispiel ein Blumenkohlgericht schon in 7 bis 10 Minuten fertig kochen. Und so sind alle Vitamine und Mineralstoffe garantiert erhalten noch. Ich habe Ihnen übrigens noch einen nützlichen Tipp. Damit der Blumenkohl schön weiss bleibt, tun Sie vor dem Kochen ein bisschen Zitronensaft drüber träufeln. Und am dekorativsten kann man so einen Blumenkohl anrichten, wenn man ihn gerade ganz laden. Oder man tut ihn dann halt nachher wieder zusammensetzen und auf einer heissen Platte anrichten. Und nach französischer Art kann man dann noch ein bisschen flüssigen, hellen Anken drüber geben. Der Blumenkohl ist jetzt besonders aktuell. Er ist ein feines Gemüse, ist reichhaltig an Vitalstoff und ist leicht verdaulich. Profitieren Sie von den aktuellen Tagespreisen. So, wir danken Ihnen jetzt fürs Zuschauen. Und wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Aber achten Sie jetzt noch auf die aktuellen Angebote. Sie wissen ja, es lohnt sich. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei GOP drei Servala Vakuum verpackt, statt 2,25 nur 1,80. Ein Liter Fanta für nur 85 Rappen und das Depot. Eine Zarpastetube Bebsodent Fluor oder Mentadent C nur 2,40 und eine Tube Elmex nur 2,45. Und noch morgen, übermorgen und am Samstag ein Schokigugelhopf statt 3,20 nur 2,70. Mora Orange aus Sizilien, ein 2-Kilo-Netzli nur 1,90. Auf Wiedersehen.